Das Schönste am Musiker-Sein sind die Konzerte, der direkte Kontakt mit den Menschen. Aber seien wir mal ehrlich, so klassische Konzerte sind manchmal schon ein bisschen steif. Darum habe ich heute ein spezielles Workout zusammengestellt, um das Ganze ein wenig aufzulockern. Super! Geniale Flugbahn, gut ausgetaucht, das ist ein Stage-Dive. Cool! Das Wichtigste ist, jeder braucht seinen eigenen Signature-Move. Jeder probiert jetzt, seinen eigenen, ganz individuellen Stil zu finden. Dafür habe ich eine Jury organisiert, die das Ganze bewertet. Äh, nicht gelöst. Wir haben keine Jury. Wie bitte? Die Jury wurde gestrichen. Was? Keine Jury? Muss man alles selber machen? Der Niklas ist ja schon ein cooler. aber manchmal schon ein wenig verhängt. Also ich meine, wenn ihr als klassischer Musiker in einem Konzert eine Seite reisst, dann muss es einfach schnell gehen, oder? Seid ihr bereit? Drei, zwei, eins, los! Fertig. Hä? Come on. Easy. Für das Geigenspiel ist die Koordination der Finger mega, mega wichtig. Und das zeigen wir heute dem Niklas auf eine andere Art. Also 9 zu 2. Matchball. Könnt ihr mir einen Kaffee bringen, bitte? Also, das war wirklich ein richtig cooler Tag. Was ich jetzt aber an den jungen Musikern, die mit auf den Weg geben wollen, ist. Blei... Hä? Hallo? Echt jetzt?